Hallo, blau-weiße Fans. Hallo, liebe Fans. Ich werde wieder aus meinem Heimquartier. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Damit wir auch alle fit bleiben. Herzlich willkommen beim Hausarrest-Programm. Super-loud, super-proud, get the ball, shoot it, go. Liebe Blau-weiß Fans, wir sind 16-mal brav und trainieren daheim. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Es ist eine sicher schwierige Phase, die wir gerade durchleben. Und es ist sonst wichtiger, dass wir an die Sachen vorgehen wollen. Bleiben wir daheim, machen wir soziale Kontakte. Und dann sehen wir uns alle wieder froh und munter im Stadion. Passt auf euch auf. Alles Gute und bis bald.